Musik Das sind die Mannschaften aus dem Team Deutschlandachter. Die bei den Europameisterschaften 2017 im tschechischen Razzize an den Start gehen werden. Unsere Ersatzleute Malte Grossmann René Stüven Der Zweier ohne Steuermann Anton Braun Felix Drahotta Der Vierer ohne Steuermann Niklas Schröder Finn Schröder Christopher Reinhardt Paul Gebauer Der Deutschlandachter Johannes Weissenfeld Felix Wimberger Maximilian Planer Torben Johannesen Jakob Schneider Malte Jakschik Richard Schmidt Hannes Ucik Martin Sauer Anton Schöder Tran social block Schirr Torben mamm Untertitelung des ZDF, 2020